Der Feinripp Adventskalender. Schlechte Witze, so lala erzählt. Die Weite und das Meer. Extra für den Monschi habe ich das rausgesucht, weil ich weiß, er liebt das Meer. Was sagt ein Pirat auf dem Bauernhof? Genau. Entschuldigung. Schnell, Eimer und Lappen. Sind die Vorderzeilen noch drin? Ja. Ich sage es nochmal. Was sagt ein Pirat auf dem Bauernhof? Weißt du das? Ne. Ah, ein Heu. Und war jetzt besser? Er war besser. Super, sehr gut. Frohe Weihnachten. Eine besinnliche Vorweihnachtszeit wünschen euch Alex, Christoph, Harry, Michel und Monschi. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ! Poor, obliged Die Vorderzeilen macht